hallo meine freunde großen preise und willkommen zurück zur let's play mario kart 8 mit dem n16 und dem fail burschen dafür hat der fail bursch rosalina aber als baby baby rosalina freigeschaltet baby rosalina ist besser als gar keine rosalina geh weg ich muss weg gehen dann nehme ich mal anspruch auf rosalina ok dann nehme ich mal baby peach immer wieder die babys hier und wir haben hier auch schon das freigeschaltet letztes mal reiten so ist es wir haben letztes mal reifen ja immer wieder ein anderes auto ich jetzt mal kein motorrad kein motorrad nicht ich komme den wort das ding hat handling ohne ende und beschleunigung die babys sind so langsam echt wo das auto das rosa stimmt die haben echt überhaupt keine geschwindigkeit die dafür haben sie ewig viel handling ja weil sie fast kein gewicht haben ja dann muss ich die karre nehmen wir noch am meisten geschwindigkeit nämlich die karre die hatte ich zwar schon mal aber ich muss irgendwie versuchen ein bisschen auf geschwindigkeit zu kommen also es wird schwer glaube ich mit den babys weil die haben ja mal der handling ohne ende aber das nützt ja nix wenn man zu langsam ist ja schauen wir mal richtig schlagen kann du hast mehr tempo als ich habe ja das ist echt das nächste auch ein flughafen delphine die reinfolge stimmt gut rum ja ja ich dachte immer dass der stern kap als letztes kommt aber ja das ist der regenbogen kaputt das regenbogen stimmt ja ja genau regenbogen kaputt wahrscheinlich dass der stimmst stern und regenbogen kaputt ja ja machen wir hier mal weiter mit dem stern kap die abfahrt ist dabei die war die abfahrt das ist ungefähr die geilste strecke überhaupt im spiel und die letzte sein da wo ich dann meinen titel wieder zurückhole welchen titel den titel der beste zu sein ach so ach so in diesem raum in diesem raum ja auch so viele nicht mal meine katze ist im raum sonst wäre die die beste sonnenflug transport vermute mal super mario sunshine ist ja ich habe die strecke ich einmal wissen oder bin ich überhaupt schon mal gefahren ich weiß es nicht wo bin ich denn ich bin vor dir das ist nicht verdient da kommen sie mir gemein sehe ich nicht ein fährt dann wohl wer dann links in der rosa lina ja wieso warum nicht weil die noch nicht freigeschaltet ist ja nur deswegen nur weil sie hier sie noch nicht haben heißt sie nicht dass der computer sie noch nicht hat nein ist ja schon wieder von mir nein jetzt war doch offensichtlich dass die dinger da kommen nein eine sekunde später das ding aktiviert also du bleibst da hinten und du bist ja nicht mehr war ich muss ja jetzt ich muss mir einen neuen feind suchen ist ja jetzt rohmann rosalina im mini version ja ich bin oben rumgefahren das ist die abkürzung genommen und ich habe sogar ihn erwischt mit meiner banane das geht auch schnell darüber die dinger kann man auch reinfahren dann werden wir nun wieder beschleunigt das lohnt sich auf jeden fall wenn man da reinfahren die strecke ist auch extrem cool wenn man unter dem flieger durchkommen da hätte ich mir ein paar münzen noch schnappen soll damit knappes ding aber rekt nehmen nein 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 kommen mir nicht so aber nicht von mir ich werde meine hände wasche meine hände und schuld kann man ihre stands machen wenn du springst das istsустить Nein, mein eigener. Mein eigener. Er schießt er sich ins eigene Knie. Schau ich es etwa zum ersten Mal, ein erstes Rennen zu gewinnen, findet es heraus und bleibt dabei. Nach dieser Unterbrechung. Paulaner Spezi. Ja, man kann ja so Werbeunterbrechungen im Video einbauen. Ja, kann man. War ich aber nicht, weil ich das irgendwie nervig finde, wenn im Video nochmal Werbe kommt. Vor allem lohnt sich das nicht bei einem Video, das viertelstunde lang ist. Richtig. Naja, ich weiß, wenn im Video drei Stunden oder sowas, dann finde ich schon, kann man mal das einbauen, aber sonst eher nicht. Hey, du musst das gut zu erkennen. Wo bist du hin? Ganz vorne. Suche mich an der Zielgeraden. Ich warte immer noch auf den blauen. Was ist das? Ich weiß nicht, das ist ein Haar für Hubschrauber, weil man da Hubschrauber landen soll, weil sie aber auch nicht. Die zieht immer ein bisschen nach vorne und beißt Gegner. Ziemlich praktisch das Ding. Kann ich nur sehr empfehlen. Aha. Aber da ja du nicht in der Nähe warst. Nee. Niemals. Die Welt würde untergehen. Jetzt könnte ich Glück haben. Hm, du könntest. Nein, nein, nein. Nein. Nicht nochmal. Wow. Wow, der ist über mich drüber geflogen. Das ist unfair. Nee, mich hat der Erste erwischt, deswegen ist der Zweite über mich drüber geflogen. Ja, aber ich hab... Oh, puh. Hier nochmal schön Drift hier oben rüber machen. Nein, in die Banane! Das Banane! In die Banane hat dir das Leben gerettet. Und auch noch eine Granate von Mario. Ja, wenn der Landseite heute nicht gewinnen. Nein, ich glaube, meine Glückssträhne ist vorbei. Ja. Aber du hast im ersten Part gewonnen. Das ist... Der wichtigste Part hast du gewonnen. Nein, der ist der Mario. Um gleich den guten Eindruck von dir zu erschaffen. Ja, du siehst mich noch als kleinen Punkt am Ende der Strecke. Ja, Wario! Wario, du Wichser! Oh, der Wichser mit zwei X geschrieben, so wie der Film. Genau. Jawoll, ja. Na, zweiter, zweiter. Ja, noch zweiter wird er noch. Da war es, da war es, da war es. Im ersten, in erster. Unglücklichen, unglücklichen Begebenheiten, die ich da ertragen musste. Ja, schrecklich, schrecklich. Ludwig fällt auch mit. Ludwig. König Ludwig von Bayern. Der Zweite, nein, der Erste. Erste war cooler. Der Zweite war schwuler. Das ist möglich. Bowser Oil gibt es da. Kannst du die ganzen... Oh, Delfinlagune. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon... Hast du diese Steine gesehen, die sind aus Delfinen gebaut. Und das ist kein Delfin. Nein, das ist kein Delfin. Oh, wir starten unter Wasser. Boah, die Strecke sieht richtig schön aus. Die bin ich, glaube ich, auch noch nie gefahren. Ich finde sowieso, die Strecken sind in diesem Spiel so richtig, 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 richtig schön. Ich würde gerne wieder vor dir ans Ziel kommen. Nö, da erkenne ich momentan keinen Sinn. Dieses Start-Immel kommt so besser hin als ich. Tja, haha. Musik ist auch sehr entspannend. Ich bin ein Delfin. Ich bin ein schöner Delfin. Oder sich die ganzen Münzen... Hey, schau mal, die fährt sogar auf ein Rad, wenn sie um die Kurve fährt. Mit der Karre. Wow. Die Strecke ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber cool. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ist ja auch schön, dass die Strecken so völlig unterschiedlich sind. Oh, man fährt über ihn drüber. What the? Also auf eine Riesenmoräne bin ich auch noch nicht so auf Kart gefahren. Ja. Oh, knapp. Kam nicht von mir. Was, nicht? Ich finde auch diese Wasser- und die Lichteffekte sind extrem gut gelungen. Nein, ich habe nichts bekommen. Da nicht. Ich müsste euch das eigentlich sogar das schönste Spiel auf der Wii U sein, würde ich sagen. Von der Grafik her. Momentan? Durch auch. Aus! Aber es ist wahrscheinlich auch das wichtigste Spiel für sie. Wenn dir das verkackt hätten, dann hätten sie die Wii U gleich einstampfen können. Geh da weg! Ist der schwerer als du? Wieso bin ich euch Dritter jetzt? Ja, weil diese eine, äh... Der Toad hier ist da, der rosa Toad. Der rosa Toad. Die Toadin. Torin. 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 Oh, Bananenbecken. Bananen-Schild. Endlich der Super, der Superboost, der Superboost ist immer der Orangeboost, deswegen habe ich jetzt gerade eben noch ein bisschen länger gewartet, wo ich gedriftet bin. Oh Gott. Ah, ich brauche auch mehr bleiben. Ja. Ich glaube, man kann aber auch unten durchfahren. Ja, kann man, aber oben ist es. Das ist wie Rodeo fahren. Auch die Strecke, dass sie so nass ist, die Strecke ist nicht einfach. Ich freue mich gerade richtig, wie gut das Spiel aussieht. Oh, so knapp an dir vorbei. Ich habe sogar einmal hingelordet. No. Schand über dich. Nein, der hat die blöde Pflanze, die Piranha-Pflanze. Yeah. Mich hat Toad schon wieder erwischt, weil er mit seiner blöden Piranha-Pflanze mich angegriffen hat. Ich muss Zweiter werden, sonst bin ich nicht mehr Erster. Toad, lass mich vorbei. Das ist wohl wahr. Das ist das Gemeineste vor allem. Oh, irgendwer haut da noch mit Feuer rum. Betrifft mich aber zum Glück bisher nicht. Nein, mich hat es getroffen. Es ist echt lustig, dass das Kart immer so ein bisschen kippt, das hier. Es wurde getroffen. Ich brauche wieder Münzen. Ich schaue da irgendwie nach hinten noch mit meinen Bananen-Treffer. Alter, nein. Oh, ich bin wieder Zweiter. Alles gut. Boah, hab ich den einen überholt. Aber der hat noch einen Speedpilz, hat er noch. Ein Geschwindigkeitspilz. Das fände ich durchaus gut. Nein, nein. Oh, das war knapp. Ah, verdammt, ich bin wieder Dritter. Der Toad, der ist echt nicht schlecht. Nein, 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 nein. Nein. So lächerlich. So lächerlich. Jawohl, 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 jawohl. So lächerlich. Jawohl. So lächerlich. Jawohl. Das ist ja mal so lächerlich gewesen. Hast du den Sieg gesehen, ne? Einwandfrei war der. Einwandfrei. So lächerlich. Uh, da sollten wir uns fast nochmal die Highlights anschauen, oder? Geh weg. Alter, du darfst gesehen. Auf den letzten Meter nochmal zwei überholt. Lächerlich. Ne, gut war das. Nein, lächerlich war das. Skill war das. Skill. Lächerlich, ich bin da am Rand entlang gedriftet, dann trifft mich das Erste, ich weiß nicht, was es war, bin dann auf dem Stein und knall da gegen den Stein und Tempo voll raus und zwei überholen mich. Lächerlich. Oh, na hör, das können die doch nicht regeln. Halt die Klappe. Entschuldigung. Baby Toad ist das. Es gibt auch, oh, ich hab's zu spät. Baby Toad gibt's auch. Aber das ist auch nicht viel früher, oder? Ja, doch. Die Strecke ist geil, das ist die Disco-Strecke. Geht voll ab. Schöne Drifte um die Kurve machen. Lächerlich, dass man den Driften auch sehr schnell kapiert. Zu meinem Leid. So cool, dass man auch sieht, wo man fährt. Nein! Ja, ich hab mehr Speed-Dinger genutzt. Ah, aber ich hab den Windschatten. Du hast einen Schatten, aber kein Windschatten. Ha, 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 witzig. Ja, auch mal die schon. Hat so ein bisschen was, man geht, der Hero irgendwie. Ha, ha, warum? Weil ich gut bin. Hab sogar deine Geschwindigkeit mit benutzt. Oh, ne. Schon wieder so einer. Ach, komm. Aber ich bin ja eigentlich nicht so schlimm. Aber der nervt nur sehr selten. Vor allem, wenn er nur so an der Seite ist. Und nicht in der Luft erwischen. Das war gemein. Wenn ich nie... Entschuldigung. Verdammt, ich verkackt. Nein, nicht zweimal treffen. Verdammt, ich war zweiter. Ja, ich war erst, jetzt bin ich sechster. War ich sechster, bin ich wieder dritter. Trotzdem, einig. Unschön. Gemein. Mir fallen noch ein paar andere Wörter ein, die das beschreiben. Gemein? Gemein, ja, das ist gemein. Sie müssen jetzt schon wieder dritter, sag einmal. Ja, weil ich gut bin. Das ist gut, du bist erster. Das habe ich anders gehört. Nö. Oh, ich habe eine Banane abgeschossen. War zwar nicht ganz mein Plan, aber... Nein, wer hat mich mit dem Grün erwischt? Dieser Mini-Tode, echt. Der macht dich fällig, gell? Ja. Alter, das Ding kann man überhaupt nicht treffen. Aber den Mini-Tode habe ich überholt. Oh, blauer Panzer. Der bist so toll. Ich war nicht der blaue Panzer. Ich war nur der, der sich übergefreut hat über den blauen Panzer. Das ist doch toll. Du weißt. Der blaue Panzer war toll, nicht ich? Das ist ein Unterschied. Nein, es ist ja wieder vor mir. Ich war die ganze Zeit vor dir. Nee, ich war kurz zwei die Erste. Ich bin wie der Erste. Du hast so viel Glück mit deinen Sachen. Ich kriege Bananen und was weiß ich. Ich habe es mir nur ewig aufgehoben. Bananen, Münzen. Das ist der Trick. Du musst die Sachen aufheben und dann einsetzt, wenn du sie brauchst. Ach, das ist die letzte Runde gewesen, wäre ich mir ausgetickt. Ja, so wie ich. Ja. Ausgetickt passt übrigens auch noch zu einem anderen Level, aber da kommen wir später dazu. Auch Bananen. Halt deine Bananen für dich. Jawohl, mit Bande. Mit Bande. Mit Bande. Sicherlich. Außer Rand und Bande war er da. Jetzt versuche ich den nicht mehr zu erwischen. Der hat mir nämlich... Ja doch, man kann mich gar nicht erwischen. Wieso dieser Tote ist so gut? Besser als wenn er tot ist. Aber das ist meistens so. Irgendeiner in diesem... In jedem Cup gibt es irgendeinen, der so übergut ist. Nein, der trifft mich jedes Mal mit seinem verdammten Grünen. Jetzt kommt auch noch ein Blitz und... Ja, der Blitz, der trifft uns aber alle. Außer die, die den Regenbogen gerade anhaben, was in dem Fall glaube ich. Keiner war. Jawohl, ja. Da fliegt er dem Ziel entgegen. Nein, nein. Da kommt ein Blauer. Ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn zu meinem Live gesehen, aber ich hatte die Hupe nicht. Die Hupe kriegt man viel zu selten, um den abzuwehren. Aber ich bin immer noch Erster, oder? Nein, 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 nein. Das ist so knapp. Oh mein Gott. Alles war schön. Ich war jetzt voll erstaunt, dass du... Hättest du dich doch... Toadette, das wäre die weibliche Toad. Ja, habe ich doch gesagt Toadette. Achso. Toadine habe ich gesagt. Ich hätte driften sollen. Wie viele Punkte bin ich hinter dir? Viele? Wollen wir uns auf viele einigen? Ja. 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 Okay. Muss wohl sein. Jetzt alles oder nichts. Rambo-Jumbo. Jawohl. Beste Strecke im Spiel. Liebe diese Strecke ist so toll. So, jetzt kommt alles oder nichts. Der Drachenbuschel muss verlieren. Ach, man startet im... Im Hovercraft. Im Hover... Wie heißt das denn? Im Hovercopter. Keine Ahnung. Hovercopter. Ich weiß es nicht. Ich finde, diese Strecke ist so genial. Weil sie hat keine richtigen Runden. Also sie hat schon drei Runden, aber das sind nur bestimmte Checkpoints in der Abfahrt. Was machst du denn mit deinen Starts? Ich weiß nicht, was machst du da? Das ist eher die Frage. Besser sein als du. Oh mon dieu. Geht's nicht runter, mein Freund. Ja. Dann sechste nimmt die Abkürzung, die keine ist. Nein. 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 Aber keine Sorge, du wirst ja nochmal zweimal die Chance haben, das Rennen zu fahren. Wir machen ja alle drei Cups. Ja. Wir haben ja alle Tassen im Schrank, deswegen machen wir auch alle Cups. No. Ne. Wenn er hinten liegt, er findet ihr, dass meine Wortwitze noch unlustiger als sonst. Du kommst mir zu nahe, das mag ich nicht. Ich kann an dir vorbeifallen. Oh. Das mag ich erst recht nicht. Münzen. Nein. Nein. Ich bin runtergefallen. Ich krieg halt nur Münzen, das ist halt das Gute daran. Ja, da bist du schneller. Gute, ja. Verdammt, ich bin unten rumgefahren, das war mein Fehler, aber ich bin trotzdem noch erster, komischerweise. Nein, du nimmst jetzt nicht mehr Windschatten. Was? Habe ich da so ein Windschatten gehört? Du hast ein Schatten? Nein. Ah, da wollte er die Abkürzungen nehmen. Ich will mal alle Rennen gewinnen, das wäre mal sehr genial. Aber wir sind ja erst im zweiten Bereich von drei, noch ist alles möglich. Wow. Verdammt, nichts getroffen. Nein. Ich schaffte auch nichts. Von den letzten, ja, wenigstens noch den da. Wenigstens noch den erwischt. Ab durch den Wald. Denn im Wald ist es kalt. Oder so ähnlich. Uh, schnell nochmal im Netz 16 vorbeiziehen. Ha, hättest du mir gerne. Ja. Eigentlich schon, ja. Wo schießt denn du die... Au. Da haben ja noch mehrere Leute überholt. Die haben doch einen Vogel. Ich find's gut. Na, ich nicht. Ich find das gar nicht gut. Ich find das absolut ungut. So, wenigstens einer weniger. Ah, verdammt. Falsch gedriftet. Das kann auch öfter mal die Niederlage sein, ein falscher Drift. Hab ich gehört. Ach so, hast du gehört? Ja, man munkelt. Munkelt man? Munkelt man das? Ja, munkelt man. Ach Gott, sie sind ja direkt hinter mir. Nein. Nein. Oh ja. Hätt ich die Hupe sofort eingesetzt. Hätt ich sie sofort eingesetzt. Na toll. Na toll, na toll. Gott sei Dank war ich auf den Speedboostern. Nein, nein, nein. Da vorne ist schon das Ziel und ich hab nur ne Banane. Du musst... Nein, ich hab's hier. Was, du bist Zweiter? Ja, grad eben. Irgendwie so geworden noch. Das ist das Unfaire dran. Nein, 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 nein. Nein, nein. Aber wieso bist du noch Zweiter geworden? Weil ich gut bin. Weil ich wieder aufgeholt hab. Ich hätte gerne gesehen. Na, okay. Hätte nicht gereicht. Hätte nicht gerne gesehen. Kannst du das Video nochmal anschauen, dann siehst du, wie ich Zweiter werde. Ja, die beiden Babys sind die Erste und die Letzte. Das ist super. Baby Luigi und Baby, der ist die letzte. Also mit Babys fährt man es schon wesentlich schwerer. Dann holen die anderen wesentlich schneller ein. Das ist durchaus spannender. Ja, das stimmt schon. Aber immerhin habt ihr dann auch mal die Babys gesehen. Babys. 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 So sind wir aber relativ schnell wahrscheinlich auch durch mit allen Charakteren. Vermutlich mal. Ja. Wann kriegen wir endlich Rosalina, die Richtige? Es wird Zeit. Wir sollten sie Rosalina nennen. Jetzt nochmal die Highlights hier. Mit dem, was der Drachenbursche in diesem Part wieder geleistet hat. Ich bin halt der bessere Fahrer. Oh. Ja, wunderbar. Ja, lucky Treffer. Wunderbar. Lucky Treffer. Diese zwei, die tut weh. Die tut echt weh in der Seele. Oh. Wollen wir nicht weiter anschauen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid für dich. Ja, mir auch. Oh, der ist ja schick, der Pokal. Der hat was. Jetzt steht es 2 zu 1 in den Pokalen. Du hast den Special Cup freigeschaltet und du hast einen neuen Charakter freigeschaltet und du hast 450 Münzen gesammelt. Und vor allem hast du 2 Sterne bekommen. Mhm. Und ein neues Fahrzeugteil ist nicht verfügbar. Echt, habe ich 2 Sterne bekommen? Ja. Wo hast du das gesehen? Oh, stimmt. Ich habe 2 Sterne bekommen. Oh, okay. Ah. Ich weiß zwar nicht, aber ich glaube, es ist immer noch mit Münzen. Aber ich bin mir sicher. Machen wir mal weiter. Ha. Tja, haben wir wieder einen Cup geschafft, gell? Den Cup der guten Hoffnung oder so? Grrr. Wenn er verliert, ist er immer so böse auf mich. Na gut, ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass der Part zu Ende ist. Wir wünschen euch trotzdem eine wunderbare Zeit. Und möge... Rosalina. ... mit euch sein. Servus.